Guten Morgen! Ich begrüße Sie ganz herzlich. Zum guten Morgen, Börse, gemeinsam mit XTB. Es ist Mittwoch, der 2. August 2023 und wir wollen uns natürlich einen Blick uns gönnen auf die Märkte, auf den aktuellen, man nennt die vielleicht Washout im Falle des DAX, Abgabedruck. Das, was natürlich jetzt hier als Grund ins Feld geführt wird, ist das aktuelle Downgrading, welches stattgefunden hat über Nacht. Der Ratingagentur Fitch, hatten wir doch schon einmal, ist zwölf Jahre her, war 2011, war ziemlich genau zur selben Zeit und damals war es S&P, die Ratingagentur, die den S&P 500 oder auch den Nasdaq damals, ich glaube 5, 6, 7% unter Druck gebracht hat, war ein hochvolatiles Umfeld zur damaligen Zeit. Die Gründe, die dazu geführt haben, für diese hohe Volatilität und warum diesmal es anders zu sein scheint und man ein bisschen Vorsicht walten lassen sollte, besonders vor dem Hintergrund der Initialreaktion, die wir jetzt zu sehen bekommen und vielleicht, dass sogar ein bullisches Signal ist, dazu dann in wenigen Minuten ein bisschen mehr. Bevor wir natürlich offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Wiesn und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko her, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor wir mit dem Handel beginnen, erstellen wir bitte unser persönliches Risikoprofil und oder lassen ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, laden uns dann auf xtb.com.de, kosten uns eine Demo herunter, testen den Handel risikofrei und schauen, ob der Handel mit diesem Produkt sich für uns eignet. Sofern wir das mit Ja beantworten können, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen diesbezüglich vollständiger Risikohinweis auf xtb.com.de. Darum hinausgehend gerne die Möglichkeit nutzen, den deutschsprachigen Kundensupport hier in Deutschland ansässig anzurufen für Fragen rund um die Plattform, rund um die Produktpalette und dergleichen. In eigener Sache, alles was ich jetzt hier gleich in den folgenden Minuten präsentiere, ist natürlich rein edukativ, rein informativ, keine Anlageempfehlung und dergleichen. Und bitte auch nicht als solche Mist zu verstehen. Wenn Fragen bestehen, gerne unterhalb des Videos diese Fragen stellen. Ich würde die dann schriftlich beantworten. Aber nochmal, bitte nichts dergleichen hier als Anlageempfehlung oder dergleichen. Missverstehen, wie gesagt, informativ, edukative Inhalte. Ich teile gerne meinen Gameplan, aber eben auch nur das. Bester CFD-Broker ist ja 2023 XTB, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr hier in der Mitte einmal aufgelistet. Wer sich hat schon einen Eindruck verschaffen können von den tollen Leistungen von XTB als Broker, hat auch die Möglichkeit, bei der Broker-Vergleich Online-Broker 2023 Wahl XTB seine Stimme zu geben. XTB würde sich freuen. Einmal den QR-Code scannen, beziehungsweise hier die URL in seinem Browser eintippen, tolle Preise gewinnen und einmal für XTB abstimmen. Ein Grund, der dazu führen könnte, für XTB abstimmen, ist mit Sicherheit die X-Station, in die wir jetzt hier einen Blick werfen wollen und einen Blick werfen wollen auf den DAX. Der sieht ein bisschen angeschossen aus. Und wie gesagt, das, was wir als Grund ins Feld geführt sehen werden in der medialen Berichterstattung, ist eben, dass wir ganz besonders für die heutigen Abschläge aktuell, glaube ich, größer 1% müsste das zum gestrigen Schlusskurs sein, ja, es kommt ungefähr hin, dass der Grund dafür sich eben in diesem Downgrading der Rating-Agentur Fitch wiederfindet. Dazu einmal hier ganz kurz, ich habe bei Welt einfach, ich habe es gegoogelt, ich habe einfach Fitch gegoogelt und geguckt, welcher Artikel hier die Kernaussage einfängt. Fitch entzieht USA Top Credit Rating. Das bezieht sich also auf Top Credit Rating AAA, was jetzt nur noch AA Plus ist. Und ich hatte es auch gerade schon gesagt, das gab es schon mal 2011. Damals war es S&P, die das Rating reduziert hatten. Ich will ganz kurz jetzt erklären, warum das Auswirkungen auf den Markt hat, also besonders eben auf die Equity-Märkte an dieser Stelle eine grobe Übersicht dafür eben mal bieten. Die Idee, die dem zugrunde liegt, ist einfach, dass wir Sicherheiten hinterlegen in Form von US-Schuldtiteln. Und diese US-Schuldtitel, die als Sicherheit hinterlegt werden, nun, die haben deswegen den Grad Sicherheit, weil sie bei einem entsprechenden Rating verfügen. Und ausgehend eben von diesem Rating ist dann entsprechend der Umfang der Sicherheiten zu hinterlegen. Davon wird davon ausgehen, dass die USA als Schuldner immer in der Lage sein wird, die Schulden zurückzuzahlen in US-Dollar, wie übrigens jeder Schuldner, weil man muss einfach nur mehr Geld drucken und dass die Fed das kann, das hat sie seit der Finanzkrise 2008 ja deutlich unter Beweis gestellt. Aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass natürlich dann ein solches Downgrading der Bonität dazu führt, dass der Wert der hinterlegten Sicherheit sinkt. Sinkt der Wert, dann ist das wie bei uns als Privatanlegern bei einer Bank, müssen wir mehr Sicherheiten hinterlegen. Andernfalls wird entsprechend der jeweilige Kredit gepullt. Also, das heißt, wir müssen den Kreditbetrag dann entsprechend zurückzahlen, weil eben die Sicherheiten nicht mehr gegeben sind. Infolgedessen ist es natürlich so, dass man oder beziehungsweise unsere Exposure reduzieren. Das heißt also, Teile unseres Portfolios oder dergleichen verkaufen. Und das ist genau das, was dann eben den Abgabedruck in dem Fall hier in Aktienmärkten jetzt nach sich zieht. Wenn die Sicherheiten im Gegenwert sinken, dann haben wir entweder die Möglichkeit, mehr Sicherheiten zu hinterlegen oder unsere Exposure im Markt zu reduzieren. Und dann in diesem Zusammenhang sorgt das im Umkehrschluss dafür, dass Aktien eben entsprechend zum Beispiel stärkeren Abgabedruck sehen. Das sehen wir jetzt gerade hier im DAX. Der DAX offensichtlich unter Druck, aber hat das eine was mit dem anderen zu tun? Ich denke, dass das nicht der Fall ist und dass das hier nur heißer gegessen wird oder heißer gekocht wird, als wir es dann schlussendlich essen. Der Grund hier für den DAX, der ist anderer Art oder beziehungsweise ist definitiv nicht auf dieses Downgrade zurückzuführen. Der DAX ist meiner Einschätzung nach einfach ein bisschen, ich sag mal, ahead of itself gelaufen. Also das bedeutet, wir hatten letzte Woche hier den Ausbruch über die 16.300 folgend, oder beziehungsweise vor der EZB, vielleicht in Antizipation, dass die EZB geldpolitisch dann erstmal zinstechnisch eine Pause einlegt, keine weiteren Zinsanhebungen auf den Weg bringt. Und infolgedessen kam es hier zu diesem Breakout schon vorab. Und der DAX konnte auch, als es dann so kam, das kam nicht zu diesem By the Rumor, sell the News, also dass wir den Ausbruch vor der E-Mail sehen, dann kommt es, wie es erwartet wurde und dann sehen wir wieder einen Rücksetzer unter die Ausbruchregion. Sondern wir konnten diesen Ausbruch halten. Das war in Summe ein relativ starkes Signal und haben dann auch trotz der etwas durchwachsenen Vorgaben von den US-Märkten damals, also damals natürlich am Donnerstag in den Tagesschluss hinein, haben wir uns relativ stabil halten können und haben dann am Freitag, beziehungsweise jetzt auch am Montag, neue Allzeithoch sogar markieren können. Aber es begann sich eben hier so eine sogenannte bärische Divergenz herauszubilden. Also das heißt, wir haben zwar höhere Hochs gemacht, aber die wurden nicht mehr bestätigt im RSI. Und so nutze ich den dann sehr gerne, um hier einfach zu visualisieren, dass das bullische Momentum zum Erliegen kommt. Wir haben dann gestern Abgabedruck gesehen, der sich über den gesamten Tagesverlauf hier erstreckte. Das können wir hier recht gut, glaube ich, erkennen. Und sehen dann eben jetzt dieses Downgrading, welches dann grundsätzlich erstmal für Risk-Off sorgt. Und wir sind nicht in der Lage, weitere Abschläge einzudämmen, sondern wir rollen dann über die asiatischen Märkte über und sehen jetzt eben Abgabedruck. Und jetzt kommt nämlich genau der Punkt, wie gesagt, ahead of itself. Wenn wir mal überlegen, wir sind im DAX auf neue Hochs vorgestoßen, während wir zum Beispiel im S&P hier oder beispielsweise eben auch im Nasdaq keine höheren Hochs markiert haben. Also tatsächlich haben wir da sogenannte Inside Days fabriziert. Das heißt also besonders auf die Handelsspanne hier von letzter Woche Donnerstag, die wir hier erkennen können, haben wir innerhalb dieser Spanne relativ stark geschlossen am Freitag und haben dann auch innerhalb dieser Spanne unterhalb der Hochs, aber auch oberhalb der Tiefs von Donnerstag eben verharrt. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Jetzt kommt dieses Downgrading. Das sollte eigentlich US-Equities betreffen, aber wir sehen, der Nasdaq oder auch hier der S&P, die sind weiter resilient. Die sind widerstandsfähig. Die sind nicht abgabelastig irgendwie sich präsentierend in irgendeiner Form, sondern die halten sich wirklich stabil. Ich denke, das ist ein extrem starkes Signal. Aktuell jedenfalls. Das kann sich logischerweise noch ändern und ich würde auch sofort meine Einschätzung diesbezüglich, besonders in Bezug auf den S&P, würde ich die ändern. Just in jenem Moment, wo wir hier unter diese grün gestrichtete Linie rutschen würden, die verläuft hier in meinem Chart ungefähr bei 15.500 Punkten. Unterhalb wäre ich short, kurzfristig short, mit dem Ziel Region ungefähr 15.000 und Test dieser Aufwärtstrendlinie. Aber bis dahin sind wir eher neutral, vielleicht sogar auf eine eigentlich so bärische News aus den gerade geschilderten Gründen. Also mehr Sicherheiten erforderlich, infolgedessen Reduktion der Equity Exposure, um dann entsprechend wieder ausreichend Sicherheiten vorzuhalten. Und dass wir in diesem Zusammenhang hier in der Lage sind, uns so stabil zu präsentieren, das ist eigentlich ein starkes Signal. Und ich meine, wir könnten es auch bei uns selber einfach mal hinterfragen. Wie fühlen wir uns im derzeitigen Umfeld? Denken wir nicht, dass der Markt ein bisschen weit gelaufen ist, dass wir eigentlich prädestiniert sind für eine Korrekturbewegung? Und vor allem, wenn wir es mal ein bisschen reflektieren, wie war es in der Vergangenheit, wenn wir diese Einschätzung gehabt haben? Ist es dann nicht eher anders gekommen? Und zweitens, als wir dachten, dass wir gedacht haben, jetzt ist der Markt gut für eine Korrektur und dann sind wir weiter auf der Oberseite gelaufen. Und genau, ich glaube, in solch einem Umfeld bewegen wir uns gerade. Die Gesamtkonstellation, die deutet nicht darauf hin, dass wir eine große Korrektur sehen. Wir haben jetzt einen potenziellen Trigger, der würde auch gerne herangezogen werden von der medialen Berichterstattung. Wir würden sagen, genau das ist der Grund, warum der Markt jetzt eine Korrektur sieht. Aber wir halten uns rein von der Price Action her echt stark aktuell. Und demnach, wer es zum Beispiel auch so zurückkommt auf den DAX hier, in Bezug auf diese Überdehnung auf der Unterseite. Es kommt jetzt ziemlich genau zu diesem Szenario, was ich gerade skizziert hatte hier für XDB-Kunden im Livestream vor wenigen Minuten, dass ich sagte, seid vorsichtig in Bezug auf die Short-Seite. Es kann sein, dass wir zur Eröffnung, wo ich das einspreche, ist es 9.17 Uhr, jetzt just in diesem Moment, also Kasseeröffnung ist gerade durch. Wir sehen vielleicht einen kurzen Flasch tiefer und dann kommen Käufer rein. Und dann teichnen wir erstmal eine Art in Anführungsstrichen V ein. Das hält das Bild noch nicht auf. Also wir sind dadurch jetzt noch nicht aus dem Gröbsten raus. Aber wenn wir über den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis laufen und oberhalb halten, dann ist das nach unten eine potenzielle Übertreibung gewesen für den DAX. Und der hat ein durchaus scharfes Bounce-Potenzial, was uns im Falle hier des Futures Richtung 16.300, 16.350 vielleicht führen könnten. Und was auch hier die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass wir eher auf einen kurzen Flasch zur US-Marktöffnung da um 15.30 Uhr eher nochmal in Richtung des Schlusskurses von gestern laufen. Was das Bild nicht bullisch werden ließe, aber zumindestens mal, was übermäßige Skepsis oder einen bärischen Ausblick, den man vielleicht in Folge dieses Downgradings eben der Bonität der USA hier jetzt skizziert, so ein bisschen ad absurdum fühlen würde. So würde ich mal sagen. Das war es meiner Zeit gewesen. Wir hören uns morgen wieder. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Bis dann und tschüss. Bis dann.